hallo ich möchte dich mitnehmen auf eine reise und ich lade dich ein mit mir zu reisen diese video reihe mit mir zu bereisen und zwar erzähle ich dir von meinem herzensweg von meiner reise zu meinem herzen und was alles passiert ist nachdem ich mich für mein herz entschieden habe nachdem ich mich dafür entschieden habe meinem herzen zu folgen und nicht mehr meinem ego und ja ich wünsche dir ganz viel spaß eine sache möchte ich noch sagen in aller erster linie drehe ich diese videos für mich und habe diese videos für mich gedreht weil es mir unglaublich geholfen hat zu sprechen das auszusprechen und es hat mir ganz ganz viele erkenntnisse beschert und ich habe mich aber jetzt dafür entschieden diese videos mit dir zu teilen weil mein herz mir diesen impuls geschickt hat und ich folge ja meinem herzen und mein verstand darf das ganze einfach nur ausführen und jetzt wünsche ich dir ganz viel spaß bei diesem video und es ist eine video reihe du bekommst erstmal eine geschichte zum zu dieser reise zum herzen und am selben tag bekommst du auch noch eine übung die mir mein herz gezeigt hat und ich bin davon überzeugt dass mein herz dir diese übung zeigen darf dass mein herz damit einverstanden ist dass ich dir diese übung zeige denn ich glaube dass unsere herzen miteinander verbunden sind und wenn du dein herz fragst wird dir das vielleicht auch eine ähnliche übung zeigen jetzt viel spaß bei den videos und es gibt nichts mehr zu sagen dann wenn du ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020